Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ich wollte nochmal ein kurzes Update da lassen, zumindest bei Bitcoin, Ethereum und sowas tut sich derzeit wenig und wir haben ja gestern den Marktausblick komplett vollständig und ausführlich über alles gesprochen, wie es momentan aussieht, wie ich nächste Woche die Stockmärkte, die Forex-Märkte sehe und natürlich die News. Deswegen jetzt nur ein ganz, ganz kurzes Update über Bitcoin und bevor wir starten, lasst dem Video wie immer trotzdem gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News etc. pp., kommt da gerne rein. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit. Bitcoin momentan bei 29.900 US-Dollar. Wir sind weiterhin in der Range. Also es hat sich wenig getan derzeit. Das Wichtigste ist, wir haben auch keinen richtigen Daily Close da drunter, wenn wir uns das Ganze mal ganz kurz angucken. Also klar, wir konsolidieren hier derzeit. Nur was ich denke, umso länger wir hier unten konsolidieren, desto eher ist die Chance groß, dass wir nochmal nach oben hin zumindest versuchen auszubrechen. Deswegen gehe ich jetzt momentan erst einmal davon aus und jetzt Achtung, wir ziehen jetzt erstmal ganz kurz das FIP-Level dazu von unserem Top zu unserem Low, dass wir noch einmal und dann wirklich, denke ich, das letzte Mal Richtung 31.000 US-Dollar gehen. Das heißt, dass wir noch einmal hier hochgehen, das Golden Pocket testen, auch die Marke von 30.400 US-Dollar erst einmal brechen, dann hier hochgehen, ein tieferes Hoch und das wäre dann wirklich das tiefere Hoch, weil immer, wenn wir hier drüben waren, haben wir immer nochmal ein höheres Hoch gekriegt auf 4-Stunden-Basis, auch mit dem Wix und hier dann die Bestätigung. Das heißt, dass wir hier maximal bis 31.000 US vielleicht noch hochgehen, diese kleine Supply-Zone hier unten testen und dann einen Abverkauf runtersehen. Wo ist dann die Zielmarke? Ihr wisst, ich bin momentan sehr, sehr scharf auf die Marke zwischen 29.200 und 28.200. Wäre vielleicht ein kleines Zwischenziel, um gegebenenfalls hier einen Minilog mitzunehmen bis nach oben. Risiko ist aber sehr hoch, denn, und das ist immer noch so dieser Punkt, den wir auch im Livestream nochmal besprochen haben, ihr seht hier unten schon, diese 3% ist vielleicht ein bisschen hartnäckig hier unten eingezeichnet, aber ich gehe davon aus, dass wir eben diese Level hier unten noch einmal sehen. Und auch hier lohnt es sich, ganz kurz das Fit-Level zu ziehen. Ich weiß, ich habe es wieder rausgemacht, wir hatten es ja vor ein paar Tagen schon mal, einfach der Übersichtlichkeit habe. Und da seht ihr, okay, die Marke hier unten, 27.500, das ist einerseits das Void, hier haben wir sehr, sehr viel Volumen drin gehabt, wir haben eher Ineffizienzen hier unten. Diese Marke hier unten, darauf bin ich eigentlich so richtig schafft, dass wir hier runter nochmal gehen, Richtung 27k und von hier aus wirklich eine Erholung dann sehen. Wirklich nachhaltig und dann halt über auch unsere Marke von 32.400 US-Dollar. Mir ist das Ganze, was momentan hier oben eben passiert in dieser Range, über die wir jetzt schon ewig lange sprechen. Einerseits werden hier eine Menge Longs drin sein. Es werden sich jetzt aber auch sehr, sehr viele in den letzten Jahren gedacht haben, okay, wir gehen hier Short, Volumen geht zurück, wir haben RSI relativ niedrig, das spricht eher dafür, wir versuchen nochmal einen Anschlag nach oben. Werde jetzt wahrscheinlich auch nochmal in dem Sinne jetzt auch nochmal Long gehen mit einem Stop-Loss unter dem letzten Tief hier, also 29.400 US-Dollar, ist jetzt so meine Überlegung, um dann die Bewegung nochmal mit hochzunehmen und dann hier oben einen kleinen Hedge als Short aufzubauen. Also das ist jetzt momentan die Idee und das ist auch für mich momentan einfach das Wahrscheinlichste. Wir blicken nochmal ganz kurz auf den Daily Time Frame für den Daily Close. Würde ich jetzt sagen, ist momentan einfach nichts wichtig, wir haben diese Konsolidierung. Klar, wir haben minimal tieferes Tief hier gebildet, aber wir konsolidieren hier einfach nur und hier oben liegt einfach nochmal deutlich, deutlich mehr Liquidität meiner Meinung nach. Vor allem dieses Void hier oben stört mich extrem mit dieser Ineffizienz. Das sind so die Dinger, wo ich sagen würde, okay, dieser Abverkauf hat zu vielen Leuten die Chance gegeben, hier nochmal einen Short reinzugehen. Deswegen einfach die Chance hier nochmal 31k hochzugehen bis maximal 31.200 US-Dollar. Wir haben hier oben die Supply. Das sind die Ziele, die ich angehe und von hier aus können wir dann einen schönen Short im Endeffekt probieren. Je nachdem, wo wir hier einen Entry machen. Klar sind es 3%, aber wir haben ja dann eventuell noch diesen Long Trade offen. Also das ist der Plan. Wollt euch nur mal ein ganz kurzes Update dazu geben, wie ich jetzt die nächsten Stunden oder Tage sehe. Nee, mehr gibt es nicht zu sagen. Hoffentlich morgen dann deutlich, deutlich mehr Bewegung. Schauen wir uns dann aber morgen früh im Update-Video an. Damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Und ja, wie immer, stay crypto. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Ciao. Ciao.